nächstes wird gespannt collective folgen besoßes jetzt brauche ich häuser irgendwas ich muss meine häuser vergrößern und ich brauche 50 schienen das heißt ich muss stahl produzieren building materials construction plant ok also construction plant was ist das hier rockware in mainz ok das construction plant steel lumber and rocks acht scheiße ok das wird knifflig steel lumber and rocks braucht der ok muss alles hier gebaut werden das ist schon ich kann es ohne hier ist kohle da ist eisen da ist box dahin ist stein warum macht ihr das so weit weg die frage wie fährt man jetzt am raffiniertesten so ich habe zwei ach so ich habe zwei lokomotiven ok das heißt die eine könnte dahin fahren die andere könnte dahin fahren die eine könnte lamba machen also die braucht wird wieso kann ich kein gut bauen ich kann kein gut bauen wieso kann ich das nicht bauen kohle mine ich kann nicht bauen was hier los hier gibt es auch noch was cable factory power plant wofür ist das oha also stahl ich muss stahl ein mann stahl und die 15 dinge als die rest brauche ich noch gar nicht so construction plant das muss ich machen das produziert eigentlich dings holz stein und das ok stil brauche ich auch wieso kann ich das hier nicht bauen ach so ja stimmt muss ja hier drin sein das machen wir mal so produktion wieso kann er jetzt jetzt geht's weil ich muss das hier hin der rock war wie muss dahin oder wo ist da hinten ist so das ist echt eine weite fahrt da hinten hin so iran min kommt hier hin und die kohle kommt hier hin ist schon echt krass was ich jetzt eine strecke bauen muss so dann gibt es ja auch noch mal produktionssommel die muss ich auch noch mal die kommt er jetzt hier hin also ist schon nicht ganz ohne ich muss jetzt mal gucken wie wir das am besten anstellen hier so eine fährt da lang eine fährt da lang die dinger brauchen bestimmt strom so wie die aussieht deshalb machen wir das einmal so irgendwie gibt es hier keine weiche ich kann ja keine weiche doch hier hier kann ich weichen bauen ok genau gucken wie wir das am besten bauen hier das ist falsch nein ich muss hier die abweichung hin hier muss einigen abzweigen genau so dann passt auch wieder genau das kommt jetzt hier so hin hier kommt holz hin dann dahin und dann muss das alles wieder zurück ich meine wir können das auch alles miteinander verbinden so es ist kein problem das geht auch irgendwie falsch gebaut so dann haben wir das so das ist schon eine ganz schöne strecke muss ich sagen genau das ist schon okay so wir bauen mal so ein ding ran genau jetzt sind die eigentlich alle miteinander verknüpft genau das sollte passen so so mal gucken hier wir brauchen eigentlich was ist das hier für ein zug überhaupt okay das normale dampf auch eine dampflokke im endeffekt brauchen wir jetzt muss ich überlegen sommer braucht das stil braucht das das sommer konzeption bleibt also der braucht das hier gut und dann ist die frage wie viel er braucht na also das ist schon ein schöner wird viel viel brauchen so wir brauchen 15 davon und sind davon das dauert wohl ein bisschen maschinen wenn nämlich hier produziert aber auch 30 stahl 30 stahl das heißt ich werde muss die volle volle tour holen da hinten das heißt ganz viel kohle produkte da ist vier davon und für den anderen auch vier das ist schon alles so berechnet genau aber der muss jetzt woanders hinfahren der muss zuerst in die kohle mine genau schick mal erstmal die kohle mir das ding er hat er sich aber was ausgedacht hier der entwickler mein lieber schuli aber anders geht ja scheiße krieg ja gar nicht alle voll das heißt ich muss noch was dran bauen sonst wird das nichts wir haben eine kleine auch eine kleine nix kleines nur großes ok jetzt kann ich nämlich da drauf fahren so einfach eine komplette ladung jetzt einfach hier abholen zack und das sollte eigentlich reichen mal gucken eigentlich muss ich jetzt zweimal fahren derzeit kann ich eigentlich den anderen schnell machen da brauchen wir nämlich auch vier stück ist der falsch rum ne der ist nicht falsch rum wollte schon sagen aber der ist schneller der ist viel viel schneller zack oh nein das baut doch die auch noch da egal egal so mit dem holz erstmal ganz viel holz mal den bretter der produziert gar nicht so viel nach oder schafft er gut das schafft er so jetzt kommt die kohle raus vielleicht muss das sogar sein dass wir vielleicht sogar naja wir brauchen eine weiche wir brauchen eine weiche ja ich mache das anders wir verbinden das hier das sollte auch passen so genau das sollte auch passend dann haben wir hier nämlich unsere weichen so weiter geht's aber ich muss ja glaube ich dahin genau ich muss ja zur stahlmühle dann passt das dann passt das so so zack hat er alles drinne super da gleich schon die weiche umgestellt das ist auch gut genau dahin muss ich hier schon wieder dieselbe mist stein ja stein muss ich dann auch noch mal hier wieder dieselbe mist das ist alles nicht zack so ringeladen jetzt kommen wir nach holz da müsste genug drauf sein beim holz das lade ich jetzt hier ab weil das sommer da kann ich das hier abgeben dann sollte ich eigentlich genug haben um zu produzieren weiß ja nicht wie weit er hier raus kommt aber die construction plant das sollten wir hinkriegen aber ich glaube stahl darf ich noch zweimal holen ja ich glaube stahl muss ich zweimal holen aber der braucht auch die dinger braucht er auch äh dings sehe ich gerade auch holz also muss ich bei beiden zweimal fahren okay gut 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 er ist voll gut 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 so dann produziert jetzt stahl da kann ich mit denen dahin fahren zu die weiche stellen hat er gemacht alles klar wenn auf zum steinwerk wir speichern erstmal bevor wieder irgendeine scheiße passiert weil das dauert echt lange das ich will mit mir wie asd fahren aber hat er gar nicht alles sehr leichter gewesen mit w&s das zu machen ist es genauso kriegt auch wieder nicht alle voll das hätte man ein bisschen anders machen können dass der vielleicht weiter vor ist weil so muss man nämlich immer wieder so ein scheiß dinge dran bauen das ist nicht schön es geht noch nicht mal man ernsthaft dann ebenso was macht mein holz also wenn das hier nicht automatisch läuft das ist echt schon ganz schön ein buddl buddl muddl hier ein muddl knuddel oder wie das heißt oder wusel 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 was hat er jetzt hier genauer muss er gleich aufladen so 20 holz sich gar nix man muss zweimal machen muss zweimal fahren ja ich glaube ich mache zuerst das hier weil dann kann ich nicht hier mit dem mit den dingern dastehen bleiben muss ich mal gucken wie ich das am besten anstelle also muss zweimal machen muss einmal dahin bringt das und einmal muss man bauen für die kontaktion plant hier dann schaffst du das ja gar nicht wenn der macht ja überall nur fünf dinger drauf hat der vorher nicht dings zehn gehabt da war das ein irrtum da war das vielleicht auch und sogar ein irrtum so jetzt geht es nämlich zurück zum depot dann sollte der sozusagen diese dinger da oha was jetzt los ach so ich brauche mal licht jetzt kommt die nacht gut hat noch richtiges kleist drin das ist gut okay das ist auch okay da stelle ich denn nämlich nachher den anderen ab macht er das überhaupt nicht das macht er ja gar nicht stimmt dieses kleist jahr ha 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 stimmt der will dieses kleist haben so zum abladen wenn man das also mit dem anderen wo sind wir dabei stein war man ja ich denke schon zack stein hat er überall drin okay das kommt jetzt in das eine werk das construction plant werk das brauche ich glaube ich auch nur einmal also das sollte ja reichen einmal gut halt so jetzt jetzt passt es so genau 80 abgeliefert so das kann ich eigentlich hier dann noch mal kohle holen und andere machen genau obwohl wir holen gleich eisen wir müssen da nicht mehr hin wir können gleich eisen holen dann fahren wir hier so lang der format da kohle holen und dann passt es auch wieder oh nein 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 oh scheiße das war gerade echt noch glück ich dachte er fährt geradeaus mit 80 in die kurve ballert ach du scheiße das hätte schief gehen können hier muss man echt immer aufpassen dann lad mal auf hier die putze so also stein brauchen wir nicht mehr hat der holz abgeladen super holz hat er abgeladen so er braucht tatsächlich beides ne ach du scheiße aber sollte ausreichen also wie sagt es reicht wenn es einmal aufgefüllt wird das sollte reichen so jetzt brauchen wir noch mal holz damit das hier reinkommt so fertig der ist fertig das ist gut so das abgeliefert und noch mal kohle holen und dann haben wir es geschafft dann kann ich das stahl auch abholen muss er nämlich auch noch rausholen denn da muss alles der hier liefern der blaue ich denke das ist schon gut dass wir den blauen genommen weil der erst nämlich ein bisschen schneller beziehungsweise ist kräftiger so ist er fertig scheint so ok ab mit dir diese fabrik da und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit dem dann liegt es nur noch an dem blauen genau produziert er der kann jetzt eigentlich weg erstmal er kann jetzt nach hinten fahren der interessiert uns eigentlich erstmal nicht mehr so aber wir lassen den mal hier stehen falls wir noch was brauchen man weiß ja nie gott fertig fertig so lädt er auch gleich auf natürlich nicht gleich auf das heißt es dauert noch weiter geht's hier also wo muss ich denn hin ich muss jetzt das dahin bringen ok das heißt einmal zurück und dann die weiche stellen dann sollte ich hier ankommen aber wir speichern erstmal wo wiederum blödsinn passiert so so dann labt mal ab dann lab mal ab stahl ist auch 80 drin ok stahl ist auch 80 drin ok und was diese städte hier so ein bisschen sollen habe ich noch keinen wirklichen durchblick weil sie produzieren ja nichts außer eben vielleicht bevölkerung aber mein mal so einzeln was sie hier machen ist hier so grünen radios haben die ja irgendwie bloß wenn man so eine gebäude hier baut jetzt war ein falschen so kann wahrscheinlich so ein bisschen erhöht das sich denn wahrscheinlich was auch nicht viel erhöht sich auch nicht viel muss ich sagen so gut dann machen wir erst mal ein bisschen stahl noch miteinander verbunden halt acht geht nur diese richtung okay also hier geht es wohl immer in die eine richtung er tut wohl nur hier weichen okay so sagen wir mal auf dann machen wir hier schon stahl da muss ich jetzt zweimal stahl und dann wird das war es doch eigentlich muss die bloß einmal stahl hinbringen das andere macht er dann da hinten genau ich hoffe der braucht jetzt nicht 5000 stahl hier für so ein paar dinger weil ich brauche ungefähr 15 15 15 schienen an die 50 schienen brauche ich ach du scheiße also warum muss ich das dreimal machen wir werden sehen wir werden sehen vielleicht macht auch fünf schienen raus wir gucken mal das hier sollte jeweils passen wir brauchen wir eigentlich bloß drei heute mal drei jahr kommt auch darauf an wie viel er produziert das werden wir gleich sehen da steht ja nirgendwo wie viel die produzieren die scheiß dinger schade das wäre sinnvoll gewesen hier das ohnehin schon hinzuschreiben wie viel die ungefähr produzieren aber gleich sehen aber der macht fünf eigentlich reicht wenn wir hier bloß drei stück abgeben oder hat er mal bis 15 5 der braucht fünf mal fünf scheiße das wird nichts ich muss noch mal auffüllen überall ist echt krass wohl ne hat fünf gemacht fünf hat er produziert das heißt theoretisch sollte das jetzt reichen jetzt der eine noch das heißt ich fahr den jetzt weg er sollte nämlich reichen ja okay der reicht sogar gut dann fühle ich jetzt noch mal voll wir haben ja 13 nee wieso präsentiert er nicht mehr jetzt 18 ok und schon sagen so wir haben das erreicht und das müssen wir auch noch machen da bin ich gespannt na gut er produziert bestimmt fünf fünf schienen also 25 ja dann passt es doch da habe ich das genau gut abgebrochen sage ich jetzt mal wo es sind 50 schienen drinnen also eigentlich hat er gut produziert gut auf geht's ja einmal umleiten der müsste ich noch so stehen ja das passt bin ich gespannt er müsste eigentlich fünf schienen rauskriegen das fashion aber ich ja ich also aber ok sogar zehn schienen raus na perfekt dann sind wir fertig super also fünf stahl zehn schienen super dann sind wir jetzt fertig aber geschafft mensch das war eine tutur ja